ich brauche doch den tab hier da gibt es den tab hier ach du kacke da klaut gerade ein adler ein und das wollte ich noch königstiger für euch man vorhin vielleicht befreien heute schon ja ich sehe nämlich noch nicht auf der karte das heißt das könnte auch noch durchaus etwas dauern also ich düse mal mit dem quad viele von den hang gleitern also hier gibt es ja viele hänge ich mal dahin wo diese wegkarte ist ich hätte natürlich auch so ein gleiter nehmen können hast du schon ein fallschirm nein ich habe keinen fallschirm meinst du man braucht einen fallschirm dafür boing ich bin schon erfolgreich hangleiter geflogen in diesem spiel während du die zipp leine benutzt hast weißt noch gar ganz ziemlich am anfang ja so wie wechselt man die waffe ich bin hier falsch mit 1 und 2 also den tasten einfach um wieder nur mit dem maus fahrt änderst du das was du wirfst hier eine startruhe bekommen und eine silberne lampe ja das gut haben schon wieder geld gefunden also wildes drauflos rennen verscheucht die tiere ja ich wollte nur noch mal ich habe es gerade ausprobiert das ist so da sind aber viele tiere also schleichen dabei brauche ich doch die die tap hier heute und nicht die hirsch heute wozu braucht man denn die hirsch heute muss doch mal also sind hier keine hörsche es sieht für uns nur aus wie ein hörsch hast du ja super knarre super schuss auch super schütze vor allen dingen da ist ein tier ein übungst hier ja erwischt das war ein fügelchen ja erwischt was erwischt kann ich dir sofort sagen ich muss das eben heute ein samba samba janero das kann ich nicht schicken genau der voll gerne ich glaube es auch aber mir ein verdrücken ein baha aber ja soll ich das denn noch mal ha hirsch erwischt first shot ein treffer krimi dein stream läuft noch nicht richtig oh nein warum nicht läuft immer noch der anfangsfilm ja hast du in obs den stream auch gestartet oh mist ja dann weiß ich nicht also hier steht stream läuft und auf die art erscheinen richtig abzugehen alle so antanas horn finde ich jetzt ein bisschen übertrieben ich brauche doch den tapir da gibt es den tapir schabarakentapir ach du kacke da klaut gerade ein adler einfach ein wildschwein kann man da irgendwie das halbautomatische feuern wieder abstellen und er lässt es der adler lässt es einfach fallen und es ist tot ich hole mir das feld ähm zum glockenturm kann man nicht äh beamen schade ne kann man nicht also mache ich mich mal auf den weg zum glockenturm hier gibt es doch bestimmten fahrbaren untersatz ich bin ein farmer und mache den ganzen tag kühle auch nicht schlecht ja das kommt aber raus ja da steht schon ein quad dann fahren wir mal zum glockenturm um da ins kirchen zu jagen kapiere ach verhilfe pente halb so schlecht ein reh keine rehe ich hätte gerne tapir rückgejägert oh ganz ungefährlich oh hirsch hirsch ist bestimmt gut hallo herr hirsch jagen mittlerweile mit meiner pistole schräge delften ja gut oder ja aber mit dem gewehr da rennt doch alles weg wohl wahr das ist doch doof vor allem wenn man daneben schießt shit egal ich wollte ja auch gar nicht ich lass mich überhaupt nicht ablenken ich wollte ja in das tapir gebiet wollte ja in das tapir gebiet nur weil hier so ein paar rehe rumstehen wow wenn da so ein l in der gegend aufleuchtet hat das was zu sagen ja ich glaube das ist ein missionsgeber den sehe ich auch da fahre ich mal hin vielleicht kriegen wir dann endlich die mission zusammen um gemeinsam spielen zu können das könnte sein ich gucke mal eben ne ist noch nicht verfügt vorsicht hier oh die fahren ja wie die wilden rattert und knattert irgendwas und meinen es wäre ein gefecht dann werde ich mich mal nähern hallo hallo rechtet hier jemand das ist bestimmt nur ein videospiel ich glaube so hey haben die sich versteckt oder was also ich bin gerade in einem haus eines longidos tag longidos grüß dich du klugger 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 typ jemand sagt dein spiel wird wiederholt kimmy mein spiel wird wiederholt mhm hol warum tut es das ich kann es dir nicht sagen ich kann es dir auch nicht sagen dann musst du vielleicht in youtube auch mal deinen stream beenden und nochmal neu starten hättest du gefunden ein skelett nicht so schön du sollst mich auch nicht sehen ich verstecke mich ja auch extra also auch wenn ich gerade ein bisschen ein bisschen leise war liegt das daran dass ich ein bisschen ein bisschen konzentriert war der schmeißt ja schon wieder mit so einem molotow cocktail irgendjemand schießt da noch auf mich das ist noch viel weniger schön